Servus und hallo, willkommen bei Luxify, bei einem neuen Special und ich hoffe, ich habe gesehen, letzte Woche, das wurde mir auch geschrieben, der Ton war nicht so gut und irgendwie das Bild hat auch so ein bisschen heller und dunkler die ganze Zeit geschaltet. Ich hoffe, ich habe jetzt heute die richtigen Einstellungen, dass das klappt. Schauen wir mal, ansonsten schreibt es mir, auch da bin ich über Feedback immer sehr dankbar. Was haben wir heute? Wir haben heute keine Weekly Session, obwohl es eigentlich auch was zu berichten geben, denn es soll tatsächlich eine neue Rolex Daytona kommen nächstes Jahr zu den Watches and Wonders in 42 Millimetern, 41 Millimetern, irgendwie sowas, also deutlich größer als die jetzige, viel mehr weiß man noch nicht. Neues Werk soll es geben, ob die alte weiter im Programm bleibt, keine Ahnung. Das nur kurz vorweg gesagt, darum soll es heute eigentlich nicht gehen, aber dass ihr es schon mal gehört habt, wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut ins Forum, in den Gerüchte-Thread, da findet ihr alle Infos, verlinke ich euch natürlich. Was machen wir heute? Heute machen wir nochmal ein Auktions-Special. Ich habe einiges an Feedback bekommen nach der letzten, nach dem ersten Teil letzte Woche und ja, euer Feedback war, erzähl uns unbedingt, was die Uhren letztlich bringen. Natürlich, Auktion ist ja erst am Samstag, ich werde hoffentlich vor Ort sein, werde da auch dann entsprechend mir das alles anschauen und euch in einem der nächsten Videos davon berichten. Heute zeige ich euch aber nochmal 20 Uhren, die ich finde, die man gesehen haben muss aus der nächsten Auktion und damit sind wir hier auch schon wieder bei Werbung, denn welche Uhren ich da heute zeige, das habe ich mir selber ausgesucht, das ist ganz allein meine Sache. Trotzdem sei der Hinweis nochmal an dieser Stelle gegeben, dass Auktion Dr. Crott natürlich seit Jahren, wie sagt man, Werbepartner ist von Luxify und deswegen da natürlich die Werbung, aber wie gesagt, was ich euch hier vorstelle und wie ich darüber rede und was ich euch nicht zeige und so weiter, das alles ist meine ganz persönliche Meinung. Aber verlieren wir gar keine Zeit, denn wir haben heute einiges, was wir uns anschauen müssen und es ist Rolex dabei, natürlich sind Vintage Rolex dabei, es sind Neo Vintage Rolex dabei, es ist aber nicht nur Rolex dabei. Ich hoffe, ich habe euch da einen schönen bunten Mix quasi zusammengestellt und dass das euch erfreut. Wir fangen an mit einer Uhr, die quasi so ein echtes Highlight ist, denn sie hat es tatsächlich sogar auf das Cover des neuen Auktionskataloges geschafft. Und Auktionskatalog ist ein gutes Stichwort. Ich sagte ja letztes Mal bei der Mai-Auktion, das war die erste Auktion, bei der es keinen gedruckten Katalog mehr gab. Also eine richtige Revolution. Es gab nur noch einen Online-Katalog, beziehungsweise einen PDF und ich hatte damals das auch gesagt, dass das irgendwie ein bisschen schade ist und war wahrscheinlich nicht der einzige. Auf jeden Fall hat man sich das dort in Mannheim zu Herzen genommen und von dieser Auktion jetzt wieder gibt es wieder einen richtigen Katalog, richtig zum Anfassen, zum Drinblättern. Ich freue mich drauf, aber diesen Katalog gibt es nur vor Ort. Wenn ihr da also einen haben wollt, dann müsst ihr vor Ort bei der Auktion sein. Und es gibt auch nur, ich glaube, 150 Stück davon. Die sind streng limitiert, also die sind sogar durchnummeriert, also ein echtes Sammlerstück. Das nur nebenbei bemerkt. Was ist auf dem Titel drauf? Eine Daytona. Natürlich eine gelb-goldene 6263. Die sehen wir hier mit schwarzem Blatt. Inverse Panda quasi, ein schönes Teil. Ja, lassen wir die Uhr auf uns wirken und eigentlich würde ich euch da in dem Fall tatsächlich auch nur die Uhr zeigen wollen, denn die spricht meines Erachtens für sich. Wer auf die Homepage schaut von auktion-drcote-uhren-musa.de, der sieht aber, es kommt noch einerlei Beiwerk zu der Uhr und das schauen wir uns hier an. Wir haben nämlich ein Garantiezertifikat der Orologeria Suicera aus Florenz. Und wer war Rolex-Händler in Florenz? Richtig, Panarai, die Firma Panarai. Wir kennen sie alle. Entsprechend hier steht auch richtig Panarai und Fili. Als Kaufdatum für die Uhr ist der 30. Dezember 1985 zu lesen. Wir haben einen Hangtag. Okay, da steht jetzt nicht wirklich was zur Uhr drauf. Eine Rolex-Geldbörse in Burgunderrot und natürlich das Zertimäppchen Kalender von 1985. Dann haben wir die Übersetzung, die Chronometer-Übersetzung und das eigentliche Rolex-Zertifikat. Auch dort ist wieder der 30. Dezember 1985 zu lesen und die Orologeria Suicera-Ferenze mit Stempel von Panarai. Was aber eingefleischten Rolex-Fans auffallen dürfte sofort. Und da wird auch auf der Homepage von Uren Musa drauf hingewiesen. Dieses Zertifikat hat einen gelochten Customer-Code 200. Und 200 bedeutet, dass die Uhr ursprünglich von Rolex Genf nach Rolex Griechenland ausgeliefert wurde. Wie die jetzt von da nach Florenz gekommen ist, keine Ahnung, ob die Händler damit untereinander zusammengearbeitet haben. Und der eine hatte die Uhr und da wollte sie eine haben. Man weiß es nicht. Ich kann mir jedenfalls schwer vorstellen, dass dann danach irgendwas versucht wurde zu deichseln, weil ehrlich, so doof kann eigentlich keiner sein, auf ein 200er Zerti einen italienischen Händlerstempel draufzubauen. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ist aber sicherlich ein Punkt, der vielleicht beim Endpreis eine gewisse Rolle spielen wird. Keine Ahnung. Tut der Uhr an sich, deren Optik, deren Qualität, aber meine ich keinen Abbruch. Sehr schön auch das 7205 war Oesterband, mit dem die Uhr wohl Stand später ausgerüstet wurde. Laut Schließen-Code stammt das nämlich aus Februar 1986. Die komplette Historie lässt sich bei der nächsten Uhr ziemlich schön nachvollziehen. Da haben wir eine Rolex Day-Date. Ziemlich spannend. Das ist Lot 182 und solltet ihr auf diese Uhr bieten wollen, das sei dazu gesagt, das ist eine Uhr, die aus dem Non-EU-Ausland kommt. Das heißt, wenn ihr in der EU diese Uhr ersteigert, dann kommt da noch der Einfuhr-Umsatzsteuer oben drauf. Das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Das ist aber auf der Homepage auch immer explizit dann erwähnt. Muss man halt ein bisschen drauf achten. Die Uhr selbst, komplett außergewöhnlich. Wir haben ein goldenes Leinen-Dial. Wir haben eine Lunette und Gehäuse, die an der Oberseite strukturiert sind. Und jenes Florentina oder Morellis-Muster, wie es im Katalog genannt wird, das zieht sich über das gesamte Armband. Das ist ein Brick-Style-Goldarmband. Referenz ist 6764. Die Uhr selbst ist eine 1806. Und jetzt kommen wir zum Beiwerk. Und das fand ich wirklich echt heftig. Wir haben eine ganze Menge. Wir haben ein Zertimäppchen und eine Übersetzung. Okay, ein altes Hangtag. Und jetzt geht es eigentlich los erst. Denn da haben wir ein altes Chronometer-Zertifikat. Das ist ausgestellt am 5. Oktober 1965 vom Transit-Shop des Pariser Juweliers Fred am Flughafen Orly. So, und da ist diese Uhr gekauft worden. Und allein dieses Zertifikat ist schon ein kleines Stück Zeitgeschichte mit allen wichtigen Stationen der Rolex-Geschichte drauf bis 1964. 600.000 Chronometer-Armbanduhren in 50 Jahren hat man da hergestellt. Steht dort. Heute machen sie eine Million, über eine Million in einem Jahr. So ändern sich eben die Zeiten. Dann haben wir das Garantie-Zertifikat. Das waren ja damals noch zwei verschiedene Dinge. Und auch das ist am 05.10.1965 Aeroport Orly ausgestellt. Auch hier wieder sehr schön erhalten. Dann kommt die Kaufquittung. Dort ist dann auch schon zu lesen, wohin der Käufer die Uhr mitgenommen hat. Nach Mexiko nämlich. Über New York ist er geflogen mit der TWA Flug 803. Damals Mr. Ehrenberg steht da. Wenn ich das richtig interpretiere, ist das der Name dann des Käufers. Gute zwei Jahrzehnte später ging die Uhr dann zum Service. Die Rechnung von Rolex Mexiko. Datiert auf den 5. Januar 1988. Und auch die ist dabei. Was ich persönlich sehr schön finde, das ist das hier. Das ist die Preisliste. Da ist tatsächlich eine Originalpreisliste von damals dabei. 1965. 1966. Wollt ihr mal weinen? GMT Master 16,75 für 745 Franken. Submariner 55,13. 515 Franken. Spannend im Verhältnis dazu eine King Midas 6600 Schweizer Franken. Mehr als das zwölffache von einer Stahlsubmariner. Also das ist schon echt irre gewesen damals. Und spannende Modellnamen haben wir auch. Golden King und Ultra Plate. Nie gehört. Habt ihr das schon mal gehört? Also ich tatsächlich noch nicht. Eine Box gibt es noch dazu. Die würde ich tatsächlich ganz schnell, ganz luftdicht verpacken und nie wieder anfassen. Denn der Geruch, der da nach den Jahren rausströmt, ganz ehrlich, glaubt mir, das wollt ihr nicht riechen. Das ist schon sehr, sehr heftig. Keine Ahnung, wo diese Box gelegen ist. Aber die Uhr selbst ist echt mega. Wirklich ein Knaller, was man nicht alle Tage sieht, was man auch nicht alle Jahre sieht, was wirklich sehr selten ist, sehr außergewöhnlich. Und deswegen dachte ich mir, muss ich euch das einfach zeigen. Ja, ein Blick auf die Uhr. Und wir müssen uns jetzt wirklich ein bisschen sputen. Wir müssen den Zahn zulegen, dass wir das alles schaffen mit den 20 Uhren. Bevor wir weitermachen mit Rolex, schauen wir uns doch erst mal bei Breitling um. Da hat es in der Auktion eine ganze Sammlung von Vintage Breitlingen, die da reingeflossen ist. Die habe ich vorgestellt ganz ausführlich in einem Blogpost, im Artikel im Blog. Den verlinke ich euch natürlich. An der Stelle habe ich mir jetzt aber mal vier Spiegeleier rausgesucht, die ich noch ein Stück besonderer fand als die anderen. Das erste hier ist LOT196, ein Navitimer Chronomatic, auch wenn es nicht auf dem Zifferblatt steht. Imposante Uhr in schönem Zustand und auf der Rückseite haben wir ein Wappen. Die Uhr war Eigentum der irakischen Luftwaffe. Da gibt es ja einige von, aber selten sieht man sie in einem so schönen Zustand wie eben hier. Ebenfalls sehr selten anzutreffen ist die hier. Das ist die GMT-Version der Chronomatic, LOT197. Mega cool, vor allem der Drehring für die zweite Zeitzone. Der steht optisch immer schief, wenn er eigentlich gerade ist. Woran liegt das? Die Grenze zwischen Tag und Nacht, die ist ja heute immer um 6 und 18 Uhr. Und da ist sie aber um 5.30 Uhr und um 17.30 Uhr. Und das bedeutet natürlich, dass das immer schepp steht. Also eine kleine Skurrilität, aber die ich tatsächlich dann doch recht attraktiv finde. Spiegeleier der besonderen Art Nummer 3 ist LOT202, Navitimer Chronomatik. Was fällt hier auf? Wir haben einen Countdown-Zähler bei 3 Uhr und statt 30 Minuten sind da auch nur 15 Minuten Countdown. Auf der anderen Seite bei 9 Uhr haben wir auch keinen 12-Stunden-Zähler, sondern nur einen 6-Stunden-Zähler. Also das wird wohl ein früher Regatta-Chrono gewesen sein, nehme ich mal an. Sehr, sehr erfrischend jedenfalls, gerade auch mit dem Blau und Rot im Totalisator beziehungsweise im Countdown-Zähler hat mir sehr gut gefallen. Ebenso das hier habe ich noch nie gesehen. Tatsächlich LOT206, eine Chronomatik Super Ocean im Spiegeleier-Gehäuse. Auch hier wieder 15 Minuten Countdown und 6 Stunden Totalisator. Toller Zustand, wie man sieht, und 20 ATM wasserdicht bei dieser Lunetten-Konstruktion. Also das ging damals und ich frage mich da natürlich, warum ging das damals und heute bei den Navitimern, bei den aktuellen geht das nicht. Da müsste ich mal Herrn Kern fragen, wenn ich ihn das nächste Mal treffe. Wobei, ich weiß nicht, ob der überhaupt noch mit mir redet nach meinem Super Ocean Review. Vielleicht sollte ich es besser lassen. Keine Ahnung. Aber es ist bemerkenswert auf jeden Fall. Ganz starke Uhr jedenfalls, hat mir unheimlich gut gefallen und wie gesagt, mehr gibt es dann im Artikel, den ich euch verlinke. Bleiben wir bei den Taucheruhren und kommen wir zu den Legenden. LOT214, da wartet die Batty Scuff von Blomper. Circa von 1960, wunderbares Teil. Wahnsinn, wie schlank das Gehäuse ist und das Tropic Band. Einfach geil. Also ich hatte als Kind eine Taucheruhr, da war dieses Tropic Band dran. Das war aber keine Blomper. Glaube ich zumindest. Also hoffe ich, weil die habe ich irgendwann weggeschmissen. Ja, also diese Sekundenzeiger alleine, mega sexy. Einzig, leider haben nicht alle Leuchtpunkte die 60 Jahre überlebt, aber dennoch außerordentlich schöner Vintage Diver. Ein außerordentlicher schöner Vintage Diver. Das hat LOT183 in sich. Das ist die Rolex Submariner Date von 1978, Referenz 1680. Aber nicht irgendeine, sondern eine mit dem Tiffany-Schriftzug. Extrem gesucht, leider ohne Papiere, aber daher vielleicht auch ein wenig günstiger zu bekommen. Uhr hat das aktuelle Service Plexiglas mit der breiten Phase. Ein 93-150er Band mit Tauchverlängerung. Zeiger wurden mal relumed. Das sieht man, weil es ein bisschen unterschiedlich von der Farbe auch ist. Da müsste sich, glaube ich, mal ein Profi dem annehmen. Aber das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, wenn man weiß, wo man das machen lassen muss. Etwas neueren Datums ist der nächste Rolex Diver. Da habe ich was, was, glaube ich, einigen von euch sehr gut gefallen wird, nämlich ein tolles Set. Schauen wir uns erstmal die Uhr an. Das ist LOT185. Das ist wieder eine Uhr, die außerhalb der EU kommt. Also gegebenenfalls Steuern mit Einberechnen beim Bieten. Es ist eine Seedweller, eine 16600 aus 1991. E-Serie, Tragespuren, klar, aber absolut im Rahmen. Auch das Oisterband, 93-160 mit Schließen-Code O3, zeitlich passend. Installiert ist die S-Tauchverlängerung. Und damit kommen wir zum Zubehör. Da haben wir nämlich den Krater-Umkarton, dann den 4000 Meter Anker mit Schnur, Chronometer-Übersetzung, Submariner-Booklet aus 3, 1991. Passt also sehr schön alles drin. Wunderbar. Und das Seedweller-Kit mit der Bühlmann-Tabelle, mit Kalender für 1991 und 1992. Das 2100-Tool, ganz wichtig, wenn ihr was mit Band wechseln wollt. Und das Zerti LC-150, Spanien gekauft am 01.11.1991 bei Meguino Jojero Palencia. Natürlich ist auch die zweite Tauchverlängerung in L-Größe vorhanden. Werfen wir noch einen Blick in die Box, Krater-Box. Was erwartet uns da? Eine grüne Rolex-Box mit beigem Kissen. Keine große Überraschung. Schönes, ehrliches Set. Bin gespannt, wie das weggehen wird. Ebenso gespannt bin ich auf Lot 419. Eine Royal Oak Jumbo von Audemars Piguet. Eine 5402-ST aus der A-Serie. Ganz was Feines. 1973, A1389. Ein Stück Zeitgeschichte und wie man sieht, natürlich alles andere als ungetragen. Und ich weiß, da gehen jetzt wieder die Diskussionen los. Speziell innerhalb der Foren-Community. Weil es natürlich immer diejenigen gibt, die auch bei einer 50 Jahre alten Uhr wollen, dass sie aussieht, als wäre sie direkt aus der Fabrik gekommen, weil nur so der Entwurf Geragentas mit den polierten und satinierten Flächen, mit den Kanten und Phasen unverfälscht zur Geltung käme. Und klar, das stimmt. Trotzdem muss ich sagen, ich persönlich kann mich dem Charme, den eben gerade eine Uhr ausstrahlt, die etwas erlebt hat nach 50 Jahren, nicht verwehren. Es ist eben, wie immer, eine Frage des persönlichen Geschmacks. Und das muss man halt auch sagen, tendenziell ist das eben auch eine Chance, so eine Uhr vielleicht ein wenig preiswerter zu bekommen als sonst. Machen wir weiter mit zwei anderen, deutlich günstigeren, aber ebenfalls sehr, sehr schönen Uhren im Programm. Und zwar einmal Lot 378, eine IWC Yacht Club aus 1968 mit einem blau marmorierten Zifferblatt. Das ist extrem selten, die Variante, wurde auch nie wirklich beworben. Es gab nur wenige Zifferblätter in blau, farblich dazu passende Datumsscheibe, aufgesetztes IWC-Logo und ein schönes Gefrère-Band, gestempelt 3,69. Eine solche Uhr gab es letzten November schon auf der Auktion. Die hat damals gebracht 14.500 Euro. Anzumerken ist hier nochmal, dass es eine Uhr auch wieder aus dem Nicht-EU-Land, sprich zum Aufgeld kommt dann eben noch die Steuer drauf. Die günstigste Uhr heute, zumindest was den Schätzpreis anbetrifft, ist Lot Noma 364, eine Ultracron von Longines. Die Reihe haben sie ja dieses Jahr wieder aufleben lassen. Das Modell wurde laut Longines Stammbuchauszug 1969 produziert, kommt mit einem Gangschein, datiert auf den 16. Juni 1972, Kaliber 4.31, 36.000 Halbschwingungen, einfach ein schönes Stück Zeitgeschichte. Und dafür wahrscheinlich auch recht günstig. Ein bisschen teurer dürfte die nächste Uhr werden. Das ist Lot 189, eine Pepsi GMT aus 1969. Referenz 16,75 natürlich. Schönes Blatt, enges LE bei Rolex, gleichmäßige Patina der Tritium-Punkte. Guter Zustand, natürlich auch nicht unpoliert. Dazu gibt es ein Jubilä-Faltband mit, ja, ordentlich Stretch. Fürs langfristig sichere Tragegefühl also vielleicht mal ein Ersatzband einkalkulieren oder am Lederband tragen, je nachdem. Die Uhr hatte 2009 einen Service bei Rolex Deutschland. Mit dabei ist eine Kissenbox mit Weltkarten-Umkarton. Wir hatten ja noch gar nichts von Patek, das gibt es ja gar nicht. Nehmen wir uns doch mal direkt Lot 231 zur Brust. Ein Klassiker, eine Calatrava-Referenz 2526, produzierten 1957 und laut Stammbuchauszug verkauft am 21. Januar 1958 am Goldband. Das ist nicht mehr dabei, aber auch am Lederband ist die Uhr einfach traumhaft schön. Besonderheit natürlich die Händlersignatur auf dem Blatt in der kleinen Sekunde. Serpica Ilaino, der Patek Philippe Konzessionär in Caracas. Toller Zustand, neuwertig, umschreibt ihn das Auktionshaus. In jedem Fall für eine Uhr aus 1958 unfassbar gut. S und Y, Serpico Ilaino. Als Gravur auch auf dem Rückendeckel noch einmal zu finden. Einfach wunderschöne Uhr, 35 Millimeter. Weitere wunderschöne Uhr, eine meiner absoluten Lieblinge, haben wir in Lot 239. Das ist die 3970, der Chronograph ewiger Kalender mit Mondphase. Für mich, wie gesagt, eine der schönsten Patek Philippe überhaupt. Hier in der Weißgold-Ausführung von 1994. 3970 E, deutsche Wochentags- und Monatsscheibe. Kommt mit Stammbuchauszug und einer Box. Stellstift ist noch dabei. Leder-Etui und ein Büchlein. Kein zweiter Deckel, also nur der montierte Glasboden. So ein schönes Werk. Wirklich zum Verlieben. Echt. Traumhafte Uhr. Es gibt noch eine weitere 3970. Es ist eine in Gelbgold. Da habe ich einen Artikel drüber gemacht. Also nicht nur über die, sondern generell einen Artikel über spezielle Chronographen. Aus der nächsten Auktion. Auch da verlinke ich euch den Artikel. Da hat es ein paar mehr Uhren noch, als wir das heute vorstellen. Vielleicht ist da auch das ein oder andere Stück dabei, was ihr ganz schön findet. Schaut da mal rein. Wie gesagt, Link habt ihr dann in der Videobeschreibung. In diesem Artikel sind auch die nächsten beiden Uhren zu finden, die ich euch hier vorstellen möchte. Beide sind Chronographen. Beide kommen von heuer. Beide kommen aus der Zeit Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Und trotzdem sieht man hier sehr schön, dass solche Uhren sehr, sehr unterschiedlich sein konnten. Wir haben als erstes Lot 213. Das ist ein richtiger Kultklassiker. Die Heuer Otavia mit Reverse Panda-Blatt im 40-Millimeter-Kompressor-Gehäuse. Kombination des Blattes mit dem roten Stundenstrichen und dem roten Zeiger der zentralen Stoppsekunde einerseits und dann dieser ausgeblichen Stunden-Minuten-Lünette ist einfach ultra schön. Die Uhr ist sicherlich eines meiner absoluten Highlights in dieser Auktion. Die andere, komplett anders. Das unverkennbar ein Kind der 70er Jahre, die Heuer Calculator in Lot 211. Beeindruckend da der Zustand und natürlich Kult. Krone links, Drücker rechts, wir wissen Breitling, Buren, Hamilton, Heuer Gemeinschaftsprojekt, Kaliber 11 bis 15. Super cool. Sorry, wenn ich jetzt mit diesen Adjektiven so um mich schmeiße, aber da sind wir halt genau in... Ja, also da geht mir das Herz auf. Wo euch das Herz aufgeht, weiß ich, ist natürlich Rolex. Deswegen kommen wir jetzt wieder mal zu Rolex und bleiben aber beim Thema Chronographen. Die erste, Lot 190, ist eine Pre-Day-Toner. Und zwar ein Chronograph der Referenz 6238 aus 1962. Schwarzes Blatt, 36 mm Stahlgehäuse, ein 7205er Oisterband, genietet und schön straff. Die Uhr wurde 2009 einer Restauration direkt bei Rolex Genf unterzogen. Das erklärt den brutal guten Zustand, in dem sie sich befindet. Rechnung über die Kosten von damals 5.377 Franken und 85 liegt dabei. Genauso die Rolex Service Box, die ist auch dabei. Und dann gibt es noch einen Ausdruck einer Mail von Rolex Genf. Da wird genau aufgeschlüsselt, welche Arbeiten im Rahmen dieser Restauration getätigt wurden. Vermutlich noch keinen Service gesehen hat die nächste Uhr. Das ist die Rolex Daytona in Lot 188. Es ist eine 1625 Zenit Daytona aus der A-Serie. Verkauft 1999. Ja, gut getragen kann man sagen. Sehr gut getragen. Ein schönes Blatt jedenfalls. Beige Umrandungen der Totalisatoren. Das Blatt selbst wirkt auf mich fast schon ein bisschen braun. Also echt sehr schön zu den Tragespuren. Ja, also wir hatten bei der AP vorhin schon das Thema. Da ist, glaube ich, alles gesagt. Ich finde die Uhr jedenfalls richtig, richtig scharf. Und schauen wir uns das Package dazu an. Das ist nämlich auch recht fett. Was haben wir? Chronometer-Übersetzung. Zertifikat. Ja, das ist dumm, wenn man Handschuhe anhat. Ausgestellt am 03.07.1999 von Juweliertechel in Darmstadt. Rechnung über 8.000 Euro. Hey, Rabatt bei einer Stahld Daytona auch nicht so häufig. Gut, fahren wahrscheinlich die 3%-Konto. Anleitung aus 7.1997, das passt also auch. Ihre Rolex Oyster Booklet, Siegel, Ersatzglied und Lünettenschutzring. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es das damals schon gab. Kurzer Blick in die Box, grün mit beigem Kisseninlay und dem typischen Karton der späten 90er und frühen 2000er Jahre. Perfektes Set, so man eben keine ungetragene Uhr haben muss. Erstes Gebot ist schon drauf, sehe ich gerade. Mal schauen, wie die ausläuft am 19. Eine Uhr haben wir noch. Auch da eine, die mich schwer begeistert hat. Natürlich, sonst würde ich sie heute euch hier nicht zeigen. Ja, sie kommt von Patek Philipp. Und das ist eine Uhr, die ich vorher tatsächlich irgendwie nie so richtig auf dem Schirm hatte und mich jetzt frage, warum. Es ist die 5164 A001, die Aquanaut Travel Time in 41,5 mm Stahlgehäuse. Dieses anrazidfarbene Blatt und das braune Armband. Ganz ehrlich, keine Ahnung, warum ich nie einen Blick auf diese Referenz verschwendet habe. Aber seit dem Besuch bei der Auktion Dr. Crott hat sich das schlagartig geändert. Die Uhr kommt mit Papieren. Wurde am 7. April 2018 bei Juwelier Nitsch in Mannheim verkauft. Box ist dabei, Booklets, Ledermäppchen, zweites Band. Der Homepage nachzuurteilen, ist es ein schwarzes Band. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich die Uhr vorher nie so spektakulär fand. Mit dem schwarzen Band ist es irgendwie nicht so meins. Aber mit dem braunen Band ist die Uhr echt eine Wucht. Dazu in einem Zustand, wie sagt man das jetzt, wo der erste eigene, selbstverschuldete Kratzer nicht so wahnsinnig wehtut. Ihr wisst, ich ticke da ein bisschen anders als wahrscheinlich auch viele von euch. Aber ich erinnere mich noch an meine AP, als ich die hatte und dann das erste Mal Kontakt mit einem Stahlgestell hatte damit. und ich danach immer nur noch auf diesen einen selbstverschuldeten Kratzer draufgeschaut habe und die Uhr dann überhaupt nicht mehr getragen habe, weil es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Das kann hier nicht passieren, weil hier sind die Kratzer schon drauf und wenn da dann einer dazukommt, dann ist es auch schon wurscht. Ich finde das persönlich sehr, sehr, sehr entspannend. Kann aber auch verstehen, wenn es Leute unter euch gibt, die das komplett anders sehen und die eine sehr, sehr neuwertige Uhr haben wollen. Ja, es gibt eben beides. So, 20 Uhren waren das, wenn ich richtig gerechnet habe und keine vergessen habe. Jetzt noch ein paar generelle Infos. Wie gesagt, Auktion ist am Samstag, 19.11.2022 ab 12 Uhr im Speicher 7 in Mannheim. Ihr könnt vor Ort mitbieten, ihr könnt online bieten, ihr könnt schriftliche Vorgebote abgeben und natürlich könnt ihr auch telefonisch mitbieten. Es gibt, wie gesagt, Uhren aus dem Non-EU-Ausland, die ihr versteuern müsst. Wenn ihr die ersteigert, da kommt also auf das Höchstgebot, kommt ja sowieso nochmal das Aufgeld drauf vom Auktionshaus und da kommen dann bei den Non-EU-Uhren, kommt dann halt noch die Einfuhr-Umsatzsteuer drauf. Auch dieses Aufgeld wird dann entsprechend anders berechnet, ob oder ob nicht da noch Steuern drauf kommen. Bevor ich jetzt hier was Falsches sage, schaut einfach in die Auktionsbedingungen, dann seid ihr auf dem richtigen, dann habt ihr den richtigen Riecher, dann seid ihr auf dem Laufenden, wie das da sich vonstatten geht und was ihr da genau zahlen müsst. Wichtig, ich sagte letztes Mal ja schon, die Auktion selbst, bei der Auktion sind keine Uhren vorhanden, das heißt, die müsst ihr euch, wenn, dann vorher anschauen und zwar bei Auktion Dr. Krott in Mannheim direkt. Und natürlich gerade bei diesen gebrauchten Uhren, die ich euch heute vorgestellt habe, ist das enorm wichtig, dass ihr die vorher nochmal anschaut, weil nicht alles an Tragespuren, wo ich sage, das ist okay, ist für euch okay und umgekehrt und deswegen werft da immer einen Blick nochmal drauf, ob ihr damit klarkommt, ob das schön ist, ob die Uhr euch anspricht, ob die Uhr euch in your face, ins Gesicht lacht, keine Ahnung. Bei mir war es, bei diesen, die ich euch heute vorgestellt habe, so auf jeden Fall. Ihr müsst das natürlich vor der Auktion tun, ihr ruft dann einfach an bei Auktion Dr. Krott, bei Uhren Musa und lasst euch einen Termin geben und dann könnt ihr da hingehen und dann könnt ihr alle Uhren anschauen, die euch interessieren und könnt euch dann da rein verlieben oder eben auch nicht. 12 Uhr Samstag geht's los. Ich hoffe, wir sehen uns da. Ein oder andere von euch kommt, weiß ich schon, freue ich mich. Und über das, was gebotsmäßig dort passiert, da werde ich euch informieren in einem der nächsten Videos, wie gesagt, hier im Kanal. Also abonnieren nicht vergessen, damit ihr da informiert werdet, wenn es was Neues gibt. Und es wird aber auch Quick & Dirty Shots am Samstag auf dem Instagram-Channel geben. Wenn ihr also da schon quasi mehr oder weniger live informiert werden wollt, was da los war und ob es irgendwelche Rekorde gab oder auch nicht, dann folgt gerne luxify-de. Da habt ihr dann die aktuellen Infos und da verpasst ihr dann nichts und alles andere werden wir dann im nächsten Video hier klären oder in einem der nächsten Videos. Für heute war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Auswahl hat euch gefallen. Wenn das so ist, freue ich mich natürlich über euer Like und ich freue mich über eure Kommentare hier oder im Forum, wo immer ihr mögt. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, gehabt es euch wohl und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.